Was absolut immer wieder für das Produkt spricht, ist nicht nur, dass er eine lange, lange Geschichte hat, du kannst ihn auch wirklich ganz individuell einsetzen, den kriegst du in diversen Farben und was auch schön ist, in diversen Untergestellen, ob Holz, Hell, Holz, Dunkel, Chrom mit vier Füßen oder hier das Gestell, was ihr gerade seht und das spricht auch ganz, ganz auf für den Sessel, weil du ihn ganz, ganz vielfältig einsetzen kannst. Vielen Dank.